Moment Nein Ich bin so intelligent Ihr glaubt es gar nicht Ne, mal im Ernst, wo kommt das Licht bitte her? Wo ist hier die Lichtquelle? Hier müsste es eigentlich dunkel sein Sonst gibt der Schatten da keinen Sinn Wo soll das Licht herkommen? Naja, egal Von hier draußen kann er auch schlecht sein Wie soll das Licht danach da unten kommen? Das ergibt einfach keinen Sinn Naja, egal Regen wir uns nicht über Sinnlosigkeit in Tomb Raider auf Tomb Raider hat eine Menge Lesendlosigkeit Wie ich schon sagte Ein Spiel muss nicht realistisch sein Es muss nur Spaß machen Zudem, dass Tomb Raider dies nicht tut Nein, Quatsch Zum Glück macht es Spaß Sonst würde ich es nicht weiter Let's Plane Sonst würde ich jetzt überhaupt nicht Let's Plane Jetzt kein Spaß machen Aber irgendwie bin ich gerade total in Wahn Nein, nicht in Wahn Ich habe auf jeden Fall gerade total Lust zu docken Zu docken Ja, ich tocke, tun Genau Der Gang ist doch richtig Hier wäre doch am Ende Irgendwann Tür, die wir nicht aufgekriegt haben, oder? Ja, 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 klar Klar Ja, ja, ich bin endlich richtig Woho, 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 mehr Gäste ist richtig Yeah Hey Mal ganz viele klatschen Ja Ja Na mal ganz klatschen Ja Naja Ach Haa, komm Rotgewehr Nee, Gewähr. Das heißt nur Gewähr Muss man sich mehr Ja, ja, ist gut du kommst auch da ja du mit deinem super schwerer you fail du hast es vielleicht eher abschocken soll moment mal das war nur zwei oh sie oh sie d i love you aber es waren nur zwei da waren doch eben auch nur zwei und da kann auch nicht so eine musik nein egal was mache ich wollen wir sie mal austesten na ich will keine schussverband aber ich nehme sie mal in die hand kann ja nie schaden vielleicht finden wir in diesem raum ja auch ganz zufällig und die munition ja zu das ganz zufällig ganz zufällig auch hier drauf irgendwo wie komme ich da jetzt vorbei super das ergibt sinn das ergibt sehr viel sinn nachkommen hier geht aber hoch geht es hier wenigstens irgendwo ich hatte das gefühl es wird nur in den jungs nach kurz auf hier muss es aber irgendwie lang gehen ja so liegt davon was dann plattform nur ein nicht mehr so weil die gs oder sie nicht so sieht so aus aber da liegt nichts auch mal gehört das könnte klappen es könnte klappen mein Wunder nein könnte es nicht also machen wir seit was Sprung von hier raus damit wir auch da dran kommen so fertig und jetzt mein lieben freunde fremde wird aus damit schneller geht warum haben die überhaupt hier hätte die nicht direkt das spiel nach dem ausgestatteten fremde machen können warum mussten die das fremde mit anlassend egal so ich hatte das gefühl das wäre falsch gewesen weil er nämlich genau wozu ist die Platzwunder die gibt doch gar keinen Sinn kann man hier hoch zufälligerweise nein na ok das war also nicht nur so aus es war auch so oh Gott hoffentlich schreibt mich bei skype niemand an ich hab schon wieder versucht mich auch beschäftigt zu stellen musst du mich so erschrecken denkt sich einfach mal ohne irgendein Geräusch komme ich hier einfach mal her aber wir können unsere nein wenn du abblockst können wir das nicht ja hör auf ab zu blocken irgendwie sind die nutzlos die wollen ja mehr